Musik Hier haben wir eine Schulterübung. Das nennt sich Schulterpresse. Hier ist darauf zu achten, dass die Ellbogen unter der Faust bleiben, dass man minimum bis zu den Ohren runter geht und beim Rausstrecken darauf achtet, dass man nicht komplett die Ellbogen durchdrückt. Musik Jetzt bekommt eine besondere Muskelgruppe die Aufmerksamkeit, die hintere Schulter. Ganz wichtig für Leute, die viel sitzen, viel Auto fahren. Dort wird eben der hintere Bereich der Rückenmuskulatur und der Schulterbereich mit bearbeitet. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Ellbogen in Schulterhöhe sind und dass man auch die Übung gleichmäßig fließend macht. Gerade den Rücken. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017